Herzlich Willkommen zu einem neuen Part von Let's Becher und er spielt schon wieder einer, der E4 spielt, gegen Mako. Das Mal spielen wir aber kein Skandinavier, sondern wir spielen einfach ruhig dagegen mit H6. Okay, wir spielen jetzt mit D3. Er spielt den Standardplan. Oh, ich kenne mich hier nicht so gut aus. Aber so schwer kann es ja nicht sein. Einfach mal D5 spielen. B6 sind natürlich aktiver, der Leute. B6 sind aber trotzdem ein F8. Einfach mal entwickeln. Das ist die Devise hier. Jetzt gehe ich da wieder dahin. Okay, wir haben das Läufer auch noch. Der Springer ist eine Pest. Der Springer ist eine Pest. Ich will da nicht mitdecken. Mein König ist ganz schön offen, aber was soll's Aha, läuft von nach oben Das ist seine Idee Einfach wegziehen Er braucht schon die E-Linie Wir spielen hier nicht nach Standards Wir spielen hier nach Blitzregeln Ja, ja Mit den anderen läuft er auch noch Ich kann das angreifen Hier fällt mir an Jetzt ist er riskant aus, was er hier macht Wenn man dort verhängt Aber sollte man nicht so gefährlich sein Muss ich jetzt einfach mal Schwer die Damen nicht zu tauschen Schwer die Damen nicht zu tauschen ja Opfer jetzt einfach den Läufer Sollte reichen nochmal Hoffe ich mal Auf Dame R habe ich Dame G3 zwischenzu Mit C3 oder so Da haben wir G6 Ach, oder den Scheiße Nals Bei dem war wir da Mal sehen, ob er es packt Oh, mega Gabel Oh, mega Gabel Das wird er schon packen Ah, Hansel Ach, das habe ich falsch gemacht Kann ich aufgeben Kann ich aufgeben Also, KD5 sieht noch normal aus Ich dachte, er ist Dame D2, weil Ich muss so spielen G5 kommt der Na, wahrscheinlich ist es doch nicht so schlecht Bis hierhin sieht es ja eigentlich noch ganz gut aus Ich laufer B7 hat sich immer zu mir ab Hier bin ich eigentlich richtig zufrieden Hier muss ich irgendwie gewinnen Ich bin einfach Bauern, ich könnte auch einfach tauschen Ja, ich kann nicht Okay, ein G4 Minus 10 Du Scheiße Ja, ich wusste es Ah, Gott, mag ich hier damit sein Mach den 10 Wer es noch nicht gesehen hat Ich kann es noch nicht sehen Was auch noch nicht gesehen Kann es auch noch nicht gesehen Ich kann es auch noch nicht gesehen G1 Oh, es ist auch noch minus 10 Blaufer schlägt F2 Öffentlich geht's, weiß Remy. Doch, da mit C-Tung, oder? Ach, Turm D2. Ja, klar. Ah, scheiße, warum hab ich das nicht gesehen? Ich kann auch noch mal den 10. Wieder wegen Tum. Warum wollte ich nicht Tum D2 spielen? Ich verstehe es, ne? Oh, ich hab total die Turm-Züge noch gespielt. Hier dachte ich, mein Turm deckt den noch. Er ist verloren. Okay, war eigentlich eine sehr gute Partie, bis auf, dass ich die Knockouts verpasst habe. Tum D2. Mit Tum F3. Ja, der Graf, der... Gibt's auch einen, was ich gut gespielt habe? Blunder! Okay, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.